Gude Südhessen wird präsentiert von odenwaldmobil.de, dem Mobilitätsportal für den Odenwaldkreis. Immer mobil, sieben Tage die Woche, zu fast jeder Uhrzeit. Alles Wichtige auf odenwaldmobil.de Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 1. Dezember. Wie das Klimaticket in Darmstadt ankommt, Odenwälder Hausärzte schlagen Alarm und jetzt sollen auch Böller und Raketen öko werden. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit 1. September gibt es ein Klimaticket in Darmstadt. Nach einer ersten Zwischenbilanz des Umweltdezernats der Stadt sind bis 17. November 404 solcher Tickets ausgegeben worden. Darmstads Neubürger, aber auch Menschen, die nachweislich ihr Auto in der Stadt abgemeldet haben, können mit dem Ticket für drei Monate kostenlos Busse und Bahnen nutzen. Und zwar innerhalb des RMV-Tarifgebiets 4000. Es umfasst unter anderem Griesheim, Wixhausen, Oberramstadt, Fungstadt und Eberstadt. Wie die Stadt mitteilt, haben bislang 86 Darmstädter ihr Auto abgemeldet und das Ticket beantragt. Die restlichen 318 Tickets gehen auf Neubürger zurück. Ihre Zahl lag im September bei 1.393, im Oktober bei 1.788. Da ist noch Luft nach oben, findet Dezernatsleiter Michael Kolmer. Er geht allerdings davon aus, dass die Zahlen in dem Zeitraum noch steigen werden. Eventuell haben noch nicht alle, die ihren PKW abgemeldet haben, ihren Anspruch auf einen Coupon geltend gemacht. Die Coupons könnten im Kundenzentrum von Heag Mobilo am Luisenplatz innerhalb von 60 Tagen eingelöst werden. Seit Mittwoch steht ein 54-Jähriger wegen Totschlag vor der Schwurgerichtskammer in Darmstadt. Er soll am 7. Juli seinen 48-jährigen Nachbar in der Wilhelminenstraße erstochen haben. Er war noch am Tatort festgenommen worden, wo er zugab, dass er zugestochen hatte. Der Angeklagte und der Getötete waren ursprünglich miteinander befreundet, schilderte Staatsanwalt Ansgar Martinsohn. Allerdings hätten sich die beiden Männer am Ostersonntag dieses Jahres überworfen und seitdem immer wieder gestritten. Am 7. Juli hätten sich die ehemaligen Freunde mit auf von Männlichkeitsgehabe geprägten Sprachnachrichten wechselseitig beleidigt, bevor die Lage gegen 17.30 Uhr eskalierte. Der Angeklagte hatte in seinem Geständnis erklärt, dass sein bis dahin bester Kumpel mit ihm gebrochen habe, weil er ihm nicht deutlichs frohe Ostern gewünscht habe und sprach konkrete Drohungen aus, heute Abend komme ich hoch und werde dich abschlachten. Im Gericht sagte er dazu, das war so daher geredet. Es ist eine besondere Würdigung des Engagements eines tapferen jungen Mannes. Die Brandesstraße in Bessungen wird in Jonathan Heimesstraße umbenannt. Jonathan Ejony, Heimes starb 2016 im Alter von 26 Jahren an dem Krebs, den er zuvor mehrfach besiegt zu haben schien. Mit seiner Aktion »Du musst kämpfen« erlangte der ehemalige Tennisspieler aus Bessungen bundesweit Bekanntheit. Unvergessen ist seine Verbindung mit dem sportlichen Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die 2. Bundesliga 2014 und in die Bundesliga 2015. Schon 2013 hatten die Stadtverordneten den Anstoß zur Umbenennung gegeben. Die Stadt Darmstadt hatte 2019 dann die Umbenennung von 8 Straßen beschlossen. Nach jahrelanger Suche stehen nun die neuen Namen fest. Die wohl bekannteste der von der Umbenennung betroffenen Straßen ist die Hindenburgstraße, die künftig Fritz-Bauer-Straße heißen wird. Die ambulante Versorgung der Patienten im Odenwaldkreis ist massiv gefährdet. Unter diesen Bedingungen können wir nicht mehr lang weitermachen. Es sind deutliche Worte, die 10 Odenwälder Hausärzte finden. Es ist nicht allein die aktuelle Entwicklung mit erheblich gestiegenen Energie- und Personalkosten und einer Inflation von anhaltend um die 10 Prozent, die auch die Mediziner umtreibt. Den Hausärzten fehlt die Wertschätzung für ihre Arbeit, und sie sehen ihre Zunft von den verantwortlichen Stellen in Politik und Gesundheitssystem ganz allgemein immer weiter geschwächt. Die Runde ist sich einig, dass verschiedene Entwicklungen im Gesundheitssystem dazu führen, dass die Arbeit der Hausärzte erschwert wird. Gleichzeitig fehlten Möglichkeiten, finanziell für zumindest etwas Ausgleich zu sorgen. Als Beispiel dient etwa die Kassenpatientenpauschale mit 36 Euro pro Quartal, egal wie oft der Patient Leistungen der Praxis in Anspruch nimmt. Dr. Dominik Dix aus Bad König sagt, würden wir dies in Stundenlöhne umrechnen, lägen wir niedriger als jeder Hilfsarbeiter. Blicken wir nun auf das Thema Fluglärm. Hier verspricht der Spätherbst nämlich deutlich weniger Flüge in der Nacht als noch im Sommer, als in den Nächten viele Flüge gingen. Auffällig viele verspätete Flüge kommen derzeit von den Kanaren. Verspätete Landungen in der Zeit von 23 bis 0 Uhr gelten als zulässig, sofern sich die Verspätung nicht schon aus der Flugplangestaltung ergibt, wie das hessische Verkehrsministerium mitteilt. Im Juli stellte die Fluglärmschutzbeauftragte der Landesregierung, Regine Barth, einen sprunghaften Anstieg der Verspätungsflüge fest. Im Juni und Juli lag die Zahl der verspäteten Landungen und auch der wetterbedingt verspäteten Starts nach 23 Uhr deutlich über den Werten des Vor-Corona-Jahres 2019. Die Fluglärmkommission stellt aber fest, dass der Frankfurter Flughafen Ende November auf dem richtigen Weg sei. Die Fluggesellschaften haben ihre Flugpläne ausgedünnt. Jetzt sollen auch Silvesterraketen und Bölleröko werden. In diesem Jahr macht Corona den Feuerwerkfreunden keinen Strich durch die Rechnung, bis auf einige Ausnahmen in Städtendorf geböllert werden. Doch Diskussionen um Lärm und Feinstaub setzen die Feuerwerkshersteller unter Druck, die sich nun als nachhaltig orientierte Branche positionieren wollen. Ein biologisch abbaubares und umweltfreundliches Feuerwerk sei das Ziel, mit einer grünen Produktpalette, so der Verband der pyrotechnischen Industrie. Die ersten Hersteller setzen etwa auf Feuerwerkskörper aus Altpapier und Holz. Langfristig soll kein Kunststoff mehr verwendet werden. Das Umweltbundesamt sieht das anders, ökologisches Feuerwerk sei aktuell nicht möglich, sagt die Behörde. Vor allem wegen des Feinstopps, wegen des Mülls, aber auch wegen Chemikalien, die für Licht- und Farbeffekte nötig sind. Die Deutsche Umwelthilfe sieht in der Kampagne der Pyroindustrie sogar eine, dreiste Form des Greenwashings. Das Abfallproblem bleibt, Feinstopp, Lärm und Chemikalien schädigen weiterhin Mensch und Tier. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gude Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de. Applaus